Gold Rush, das war die Tagline für WWE's aktuellen Pay-Per-View Clash of Champions. Ob wir den Pay-Per-View auch mit einer goldenen Bewertung versehen würden, das erfahrt ihr jetzt in unserer Review. Der Preis ist heiß. Wie nice diese Wrestling-Veranstaltung war, das werden wir jetzt besprechen. Wir blicken zurück auf Clash of Champions 2020 und ordnen ein, was passiert ist. Clash of Champions 2020 mit dem Björn, mit dem Chris, die Dreier-Spotfight-Kombo. Zwei Spotfight-Hoodies am Start. Der Björn hat den Dresscode, leider hat die Mail nicht bekommen. Sitzt im Jobber-Club-Shirt, da ist auch nicht schlecht, sag ich mal so, ne Björn? Aber nächstes Mal mit Spotfight-Hoodie, hab ich gehört. Ich weiß, was gut ist. Und da ich mein Spotfight-Hoodie nicht nur zur Aufnahme trage, so wie ihr, um irgendwie zu zeigen, was ihr so angeblich seid, so angeblich wie Spotfight-Confirm und so, und ihr liebt das ja alle so sehr. Sondern dass ich es in meiner Freizeit trage, ist er gerade leider in der Wäsche. Hm, schade. Chris hat sich dran gehalten. Wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen an euch beide und an alle Zuschauer. Ja, Clash of Champions. Also Gold ist schon mal meine Lieblingsfarbe. Das heißt, es war auch alles schön Gold gehalten im Thunderdome. Es steht viel Gold auf dem Spiel. Nette Grundvoraussetzungen für mich. Warum hast du nichts Goldenes an, wenn Gold deine Lieblingsfarbe ist? Weil ich heute anders Farbe bekenne. Und zwar für Spotfight. Und das ist ein, wie ich finde, gutes Zeichen. Wenn ihr auch Farbe bekennen wollt für Spotfight, guckt mal in der Videobeschreibung. Dort gibt es den Link zum Merch-Shop. Und dann könnt ihr euch auch ein Hoodie bestellen und ganz viele andere Sachen. Also guckt da gerne mal vorbei. Und wenn ihr einmal dabei seid, Tabs durchzuklicken, geht mal auf spotfight.de. Dort könnt ihr diese Show bewerten. Es gibt ja auf YouTube keine Abstimmung mehr, aber ihr könnt auf unsere Website schreiben beziehungsweise einfach mal klicken, wie ihr diese Show bewerten würdet. Da bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis, muss ich sagen. Ich würde sagen, ohne weiter groß hier rumzudrucksen, gehen wir einfach mal rein. Es gab ja ein paar Veränderungen. Die wurden uns dann im Kick-Off mitgeteilt. Es sollte ja eigentlich das Match von Selena Vega gegen Asuka stattfinden im Kick-Off. Dazu kam es aber nicht, denn WWE hat uns zu Beginn mitgeteilt. Nikki Cross, Shayna Baszler und Nia Jax haben keine Freigabe bekommen. Und deswegen werden diese Matches heute so nicht stattfinden, Chris. Das war dann erst mal so. Ja, das ist der einfache Weg, wie man sich da rausgebuckt hat. Und ich denke mal, da wird auch keine weitere Erklärung kommen. Ich schätze nicht. Aber was hätte man anders erwartet? Also ich denke mal, das war jedem klar, dass es so gelöst wird, oder? Björn, deine Einschätzung? Na gut, wir kennen die WWE, die gehen damit nicht offen um. Wir wissen alle, woran es wahrscheinlich gelegen hat. Dann hoffen wir, dass es die nicht so hart erwischt und gute Besserung auf diesem Weg. Und hoffen wir, dass wir sie bald wiedersehen in frühestens zwei Wochen. Bayley gegen Nikki Cross fand nicht statt. Killian Dain, der Freund von Nikki Cross, wohl positiv auf Corona getestet. Daher eine Änderung. Auch ein Women's Tag Team Titelmatch gab es nicht. Nia Jax und Shayna Baszler ebenfalls außer Gefechte. Das sind aber jetzt nur Spekulationen. Also offiziell von WWE heißt es, sie haben keine Freigabe bekommen. Das kann diverse Gründe haben. Vielleicht haben sie auch alle nur verschlafen. Wir wissen es nicht. Es soll weitere Details geben bei Raw zum Tag Team Geschehen rund um Nia Jax und Shayna Baszler. Und Bayley sollte sich dann später hier in der Show noch äußern. Stattdessen gab es im Kickoff ein SmackDown Tag Team Titelmatch. Cesaro Nakamura gegen die Lucha House Party. Ich habe hier drei Punkte stehen. Ich habe mir notiert, sie hätten ein gutes, aber irrelevantes Match. Coole Spots. Alle sind gut in ihrem Beruf. Und am Ende Titelverteidigung nach etwas mehr als zehn Minuten. Ich habe nur einen Punkt hier stehen. Ich werde nur für den Pay-Per-View bezahlt. Und von da habe ich die Prie schon nicht geguckt. Ja, mir ist aufgefallen, Cesaro und Nakamura haben vorher angedeutet, Champagner zu trinken. Aber das haben sie natürlich gelassen, weil sie noch arbeiten müssen. Also ganz clever. Und an sich, ja, Cesaro gegen so kleinere, schnellere Gegner ist immer cool anzusehen. Und was vielleicht noch erwähnenswert ist, die Zusammenarbeit zwischen der Lucha House Party hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also das hat man jetzt nicht so wirklich gemerkt. Und ansonsten, Kalisto hat den Pin eingesteckt. Könnte ein weiterer Grund für Linzio Dorado und Grand Metalik sein, zu sagen, okay, komm, wir lassen das mit dem. Und dann doch die Trennung. Ist ja nichts Spannendes passiert. Haben die sich nicht getrennt, irgendwas? Nee, es waren wirklich... Nee, Kalisto hat einfach den Pin eingesteckt. Aber ansonsten haben sie ganz gut zusammengearbeitet. Also wir haben einfach zum 80. Mal dieses Match gesehen. Also ihr habt es gesehen, also ich bin ja nicht so doof. Aber, ähm, und es ist nichts passiert. Okay, cool. Wir haben den Pay-Per-View in Gänze betrachtet, inklusive Kick-Off, und haben auch dieses Match mitgesehen. Wenn dann schon richtig. Wenn dann schon richtig. Wenn dann wirklich vollen Einsatz. Vollen Einsatz, den gab es auch im Opener der Pay-Per-View-Card. Ein Triple Thread-Ladder-Match. Das las, oder es hat sich erstmal gelesen, wie ein spektakulärer Opener. Björn, würdest du einfach mal so aus dem Bauch raus sagen, dass es ein spektakulärer Opener war? Ich würde sagen, das ist der Grund, warum ihr diesen Pay-Per-View schauen solltet. Ähm, wobei, nee, es gibt noch was. Aber, ähm, dieser Anfang war für den Opener super. Also, das Ladder-Match zu bringen ist natürlich clever. Ähm, weil du weißt, die Action ist garantiert. Und, äh, du möchtest ja nicht mitten in der Show oder kurz irgendwie vor dem Main-Event oder was anderen Leuten noch die Show stealen. Und die haben hier einfach komplett abgeliefert. Ich und Chris waren ja so ein bisschen skeptisch. Wir haben ja gesagt, so, okay, das Match zehn Jahre früher. Und, ähm, wahrscheinlich würde es uns eher begeistern. Aber ich denke, für das, was sie noch können, haben sie richtig hart gebammt. Also, da waren einige krasse Sachen dabei. Auch Sachen dabei, wo ich mich sage, so, oh, muss das sein? Also, ich erinnere mich an die Situation, als Jeff Hardy, ähm, über die Leiter, also an der Ring-Ecke da, ähm, über die Leiter noch geklettert ist. Und dann dort runter gebammt ist, was einfach komplett unkontrolliert war und was man auch gar nicht kontrollieren kann. Wo ich mir dann sage, muss man sowas machen? Ähm, klar, ist gut gegangen, aber man kann da auch ganz doof fallen. Und dann haben wir andere Probleme und sehen X, äh, und das freuen wir ja alle irgendwie nicht, ne? Ähm, nee, aber war ein sehr, sehr cooler Opener, hat mir sehr gut gefallen. Chris, du meldest dich schon? Oder hast dich gemeldet? Ich habe da hinten auf die Person gezeigt, die diese Bumps genommen hat. Ansonsten, ich glaube, Ladder-Matches in der WWE sind häufig die Opener von so Pay-Per-View-Cards. Also bei Money in the Bank, also, beziehungsweise bei diesen Money in the Bank-Matches, bei WrestleMania war das häufiger so. Und es gab hier und da Beispiele, weil es natürlich ein einfacher Weg ist, um direkt mit Action zu starten, um die Leute theoretisch anzustacheln, die in der Crowd sitzen. Und deswegen ist das, glaube ich, objektiv auch die richtige Wahl gewesen, um mit diesem, ja, um diesen Pay-Per-View zu starten. Auch wenn ich subjektiv es immer gerne sehe, wenn sich die Karte langsam aufbaut. Aber aus neutraler Sicht war das, denke ich mal, die gute Entscheidung und auch, ja, vielleicht mit das beste Match der Show. Wir haben es gerade, 4.14 Uhr, es ist der 28.9 Uhr und QB Sun hat gerade im Live-Chat geschrieben, Tobi, wie fandest du das Ladder-Match? Ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter das Ganze analysieren, sagen wir den Leuten doch vielleicht erstmal, was passiert ist. The only way to win, beide Titel muss man sich schnappen, sonst hat man nicht gewonnen. Ihr habt ja in der Preview schon ein bisschen gemutmaßt auf Patreon, oh, 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 oh. Das wird doch darauf hinauslaufen, dass einer den einen Titel fängt, der andere den anderen. Ich kann euch schon mal sagen, das ist nicht passiert. Das habe ich mir auch direkt als Pluspunkt markiert, ne? Und ich habe es mir auch direkt aufgeschrieben, weil ich habe gegen dich 1.000 Euro auf Twitter gesetzt. Das hast du noch nicht gesehen. Du hast ja auf Twitter geschrieben, dass du Geld darauf setzen würdest. Ich habe 1.000 Euro gegen dich gesetzt und habe die Wette gewonnen. Gut, dass ich danach geschrieben habe, dass ich kein Geld habe. Bevor das Match überhaupt losging, die Entrances der Leute, man hat von jedem nochmal so ein paar Ladder-Match-Momente gezeigt. Das war auch ein ganz cooles Detail. Das Highlight bei, also du kannst ja, Jeff Hardy, der schon über 30 Ladder-Matches jetzt beschritt, dann konntest du so viel zeigen. Das Ladder-Highlight von AJ Styles war, wie er Rey Mysterio und Aleister Black von einer Leiter wirft. Das war sein einziges Highlight. Nun ja, das Match selbst. Es gab viele Spots mit Leitern, Aufleitern, von Leitern. Das funktionierte teilweise und lief glimpflich. Aber wie Björn das schon gesagt hat, teilweise auch Spots, wo es echt ein bisschen, ja, so ein bisschen Lotterie war. Also Jeff Hardy, der da teilweise aus dem Ring purzelte, er, finde ich, so ein bisschen der Unsicherste so im Match. Aber hat dann trotzdem seinen Teil dazu beigetragen und hat auch den größten Spot eigentlich hier beigetragen. Er zeigte eine Swanton-Bomb gegen Sami Zayn von einer Leiter durch eine Leiter. Und man konnte den Beteiligten eben gar nicht vorwerfen, dass sie nicht hart gearbeitet hätten. Zayn schnappte sich dann aus seiner Jacke zwei Paar Handschellen. Das eine Paar nahm er und hat es Jeff Hardy angelegt. Aber nicht, wie man das bei einer Handschelle denken könnte, an die Hand, sondern durch das Ohrloch. Das hat Randy Orten ja vor ein paar Jahren vorgebohrt mit dem Schraubenzieher. Und dann hat Sami Zayn diese Storyline jetzt vollendet und da die Handschelle durchgesteckt. Und dann wurde Hardy an eine kleine Leiter gebunden. Dann im Ring, AJ Styles, der sollte ebenfalls eine Handschelle abbekommen. Da hat das aber erstmal nicht so wirklich geklappt. Und dann gab es so ein ganz skurriles Bild, wie wirklich AJ Styles, der dann an Sami Zayn gefesselt wurde, mit Zayn auf dem Rücken versuchte, die Leiter hochzuklettern. Während Jeff Hardy mit seinem Ohr an einer Leiter versuchte irgendwie im Ring noch irgendwas zu machen. Das Ende der Geschichte, Sami Zayn hat den Schlüssel natürlich auch dabei für die Handschellen, kettet sich selbst los, macht dafür das andere Ende seiner Handschelle von AJ Styles an der Leiter fest und sichert sich beide Titel, während Jeff Hardy wahrscheinlich jetzt immer noch versucht, irgendwie sein Ohr da zu lösen von dieser Handschelle. Und so gelingt es, Chris, Sami Zayn tatsächlich clean, also Handschellen clean, dieses Match zu gewinnen. Und er ist Intercontinental Champion. Undisputed Intercontinental Champion. Richtig. Und ich bin froh, dass jemand wirklich beide Titel abgehängt hat. Ansonsten, ja, die Match-Story war ja auch so ein bisschen, dass Sami Zayn manchmal der lachende Dritte ist. Also, dass AJ Styles und Jeff Hardy sich immer gegenseitig ausgeschaltet haben, ob es jetzt mal Absicht war oder nicht. Und dieser Jeff Hardy-Gedächtnis-Spot, den du angesprochen hast, der wird natürlich wieder in vielen Highlight-Videos gezeigt werden. Der kommt immer wieder cool rüber. Also, was mir auch aufgefallen ist, es gab This-is-awesome-Chants, die eingeblendet wurden. Haben wir das schon mal so gesehen im Thunderdome oder ist das neu? Das waren diese, ja, wie aus dem Videospiel, diese Chants. Die gab es schon. Ja. Okay, die gab es schon. Das ist mir irgendwie zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Ansonsten, Sami Zayn kam mega clever rüber durch das, finde ich. Also, das muss man auf jeden Fall betonen. Cleverer Heal. Und du hast dem Match auch insgesamt Zeit gegeben, die es benötigt hat. Am Anfang war es okay, ein bisschen viel, so langsam hochklettern, runterziehen, Schlag. Dieses Prozedere, was mir wiederholt hat. Aber es kamen dann immer mehr kreative Ideen rein. Also, zum Beispiel das, was der Björn schon angesprochen hat. Dieser Spot mit Jeff Hardy, wie der so auf die andere Seite der Leite geklettert ist. Das mit dem Ohr. Kreativ oder dumm? Je nachdem. Kann man auch beides nehmen, ne? Also, auch wie der Phenomenal 4-Arm mit der Leite abgefangen wird. Solche Dinge. Viel Selling drin. Keine plumpen Spots nur aneinandergereiht. Also, den Aktionen wirklich auch Zeit gegeben, um sie wirken zu lassen. Deswegen war das für mich auf jeden Fall ein unterhaltsames Leather-Match. Ja, dann lege ich mal einfach einen noch drauf. Ich muss sagen, ich fand es nicht unterhaltsam. Ich fand es sogar sehr, sehr gut. Ja, die ersten Minuten waren natürlich typisches Leather-Match halt so. Jeder hat seine Leather-Bumps genommen. Danach wurden die Spots aber immer krasser. Und ihr habt gerade eben schon angesprochen, es wurde von jedem am Anfang so ein kleines Highlight-Video gezeigt von den Leather-Matches. Und da hat man natürlich auch den Jeff Hardy-Spot gezeigt bei WrestleMania. Und da habe ich schon gedacht, das ist ziemlich dumm, das zu zeigen, weil ich habe da die Latte ziemlich hochgehängt halt so. Aber dass er das quasi mehr oder weniger wiederholt, vielleicht aus ein, zwei Meter weniger, war schon ganz nett. Und ich möchte nicht da unten liegen und den Bump nehmen, das muss ich ganz klar sagen. Ne, bis dahin war es halt ein Standard, aber ein sehr, sehr gutes Standard-Leather-Match. Und dann hat man angefangen, eine Story zu erzählen. Vor allem mit Sami Zayn, der, wie ihr gesagt habt, dieses eine oder andere Mal der lachende Dritte war und profitiert hat von den anderen beiden. Und ja, dann auch noch als cleverer Heel dargestellt wird. Der dann einfach mal Handschäden auspackt. Und ja, ihn an dem Ohr festzumachen, das war ja irgendwie dann auch sehr clever, weil wo soll er ihn sonst da festmachen? Er hätte ihn einfach an der Leiter festgemacht, hätte er damit durchgegenmarschieren können und so. An dem Ohr stelle ich mir schmerzhaft vor, hat man schön erzählt. Und auch, wie man das dann rübergebracht hat, dass man AJ nicht einfach nur quasi einfach Puff am Ringseil festmacht und dann klettert er hoch, sondern man bringt auch die Spannung rein, indem AJ sich wehrt und Sami dann so clever ist, sich selber mit ihm heranzufesseln, weil er weiß, okay, ohne mich kann er die Leiter nicht hochgehen. Und ja, auch wie dann, wie clever Sami dann war, sich selber zu befreien und AJ zu befestigen und dann an sich die beiden Titel zu holen, das war einfach sehr, sehr gutes Storytelling, muss ich sagen. Und von daher, zwei Daumen nach oben und ich würde sagen, vier Sterne Leathermatch. Und naja, ich habe es auf Twitter geschrieben, wahrscheinlich war es das Beste, was wir in diesem Abend gesehen haben. Und zumindest Wrestling-mäßig war es das Beste. Obwohl die Story sehr, sehr gut war, aber Story-mäßig haben wir wahrscheinlich noch was Besseres gesehen. Es war ein kreatives Finish auf jeden Fall, das möchte ich auch noch mal loben. Mit 27 Minuten hat das Ganze auch wirklich Zeit bekommen. Ist sicherlich nicht das beste Leathermatch aller Zeiten, dafür gab es zwischendurch eben diese von mir angesprochenen Spots, wo eben das Ganze doch ein bisschen zu viel Lotterie war. Und es gab auch einen Spot, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da hat AJ Styles, Jeff Hardy oder Sami Zayn versucht, mit einer Leiter abzuwerfen. Und da hat man dann eine Wiederholung gezeigt, in der relativ deutlich zu sehen war, AJ Styles ist im Werfen scheinbar doch nicht so gut, der hat Sami Zayn überhaupt nicht getroffen. Der hat es trotzdem gesetzt. Wegen diesen Kleinigkeiten werde ich jetzt nicht ausholen und sagen, es ist eines der besten Leathermatches aller Zeiten, das kann aber, denke ich, jeder verstehen. Dennoch ein wirklich guter Opener, der Stimmung reingebracht hat, Zeit bekommen hat. Alle haben ihr Risiko in Kauf genommen, hart gearbeitet. Und auch das Finish da, ganz wichtig, es hat sich jemand Gedanken gemacht, das wurde nicht hingeklatscht. Und eben durch dieses durchdachte Finish ist hier was Kreatives entstanden. Sami Zayn ist Champion, sieht nicht allzu doof aus. Und ja, das kritisieren wir immer und deswegen werde ich das hier auch nochmal wirklich so positiv unterstreichen. Es gab nach dem Match noch eine Promo, Sami Zayn meinte, still IC Champion. Sami Zayn hat die gute Kayla Braxton angebrüllt und dann gucken wir mal, wo seine Reise jetzt hingehen wird. Backstage waren wir dann mit R-Truth. Little Jimmy hat ihn in den Referee-Raum geführt. Drew Gulak schließt sich von hinten an und gewinnt den 24-7-Titel. Zwei Titelwechsel innerhalb von den ersten beiden Matches, krass, oder? Der 24-7-Teil war übrigens nicht auf dem Spiel eigentlich bei dieser Show. Der ist immer auf dem Spiel, deswegen heißt er doch 24-7-Titel, Chris. Naja, aber das Motto war ja, jeder Titel steht auf dem Spiel. Theoretisch hätte man ja einen Titelmatch ansetzen können, ne? Aber nee, keine Ahnung. Drew Gulak, übrigens sehr, sehr schade, hatte eine super Rolle mit Daniel Bryan vor ein paar Wochen bei SmackDown und ist jetzt halt einfach irgendein 24-7-Typ, der dumm aussieht. Hätte er den Vertrag mal nicht verlängert. Hoffen wir einfach mal, dass nicht vom Hall gefressen wird. Wie aktuell war das aber. Ja, also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wenn Drew Gulak jetzt sagen würde, nee, ich mach das nicht, vielleicht würde er dann direkt wieder hinterlassen werden. Deswegen hat er sich wahrscheinlich gedacht, komm, machen wir einfach mal alles mit. Mein Beileid, danach hat man nochmal ein Highlight gezeigt aus der Network-Doku WWE Chronicle zu Jey Uso. Diese Doku gibt Jey Uso mehr Charaktertiefe als seine letzten zehn Jahre bei WWE und es kann so einfach sein. Ich werde euch nachher noch ausführen, warum das wichtig für diesen Main Event war und warum der Typ auch einfach ziemlich cool ist. Dann, nicht im Kick-Off, sondern in der Main Show ging es weiter mit dem Raw Women's Championship Match. Selina Vega gegen Asuka. Vega bekam etwas Offensive, durfte den Arm von Asuka bearbeiten, circa vier, fünf Minuten. Danach gab es Einrollerversuche. Asuka setzte den Asuka-Lock an und das Match war vorbei. Ja, man hat versucht irgendwie Selina Vega noch irgendwie gut darzustellen, ja. Hat eher versucht so ein paar Spots zu geben. Richtig überzeugt hat sie mich nicht. Der Endspot, der war noch relativ kreativ, das hat man ganz cool gemacht mit dem Asuka-Lock und ja, ansonsten, es war da gewesen und naja, es kommt wahrscheinlich nochmal. Ich habe mir aufgeschrieben, Chris, eine grundsolide Weekly-Titel-Verteidigung wäre das gewesen. Kann man so festhalten, ja, aber war damit irgendwie ein Ticken besser, als ich erwartet habe. Aber, also, ich weiß nicht, ich fand es ganz schön, wie Asuka am Anfang arrogant war und es so auf die leichte Schulter genommen hat, mit ihr gespielt hat. Aber Selina Vega halt wirklich durch Technik, durch ordentliches Mad-Dressing, durch dieses konsequente Auf-den-Arm-Gehen irgendwie mich ein bisschen überzeugt hat. Also, ich fand die Leistung von ihr eigentlich ziemlich gut, anders als bei Björn jetzt. Ich habe ja auch im Vorfeld irgendwie gesagt, so, ja, ich kann sie nicht ernst nehmen, etc. Aber hier hat sie ein paar smooth Übergänge gezeigt und sowas, auch diese Brückeneinroller. Also, das war für die Zeit eigentlich ganz ordentlich. Also, für so ein Übergangsmatch nehme ich das so. Für Pay-Per-View-Ansprüche waren diese sieben Minuten für mich ein bisschen zu flach, leider. Deswegen, also, ich fand Selina Vega auch, wie gesagt, alles für mich grundsolide für eine Weekly, für ein Pay-Per-View deswegen leider, keine Ahnung. Da hättest du Mickie James gegen Asuka hier nochmal gebracht als Rematch, weil das Referee-Finish nicht so klar war und hättest hier irgendwie zehn Minuten, Asuka gewinnt clean und so, kannst du den Haken dran machen. Äh, so gibt's nach dem Match ein Interview. Asuka meint, Selina is like a firecracker, small yet dangerous, but Selina was not ready for Asuka. Dann bietet sie Vega ihren, äh, bietet einen Handshake an. Vega verbeugt sich, um Asuka dann zu attackieren. Hat Baron Corbin ja nach dem letzten Pay-Per-View auch gemacht, hat er mit Riddle attackiert, äh, ist also Gang und Gäbe. Und Asuka brüllt dann auf Japanisch einige Dinge herum. Und ich fand, das hier hätte alles eins zu eins so, Björn, in eine Raw-Ausgabe gepasst. Das hätte eins zu eins so in eine Raw-Ausgabe gepackt und ich geh schon mal weiter. Bis auf die letzten beiden Matches hätte die komplette kommende Show eins zu eins in einer Hotshotting-Wall-Ausgabe gepackt. Da hätte man gesagt, wir verteidigen einfach mal alle Gürtel, machen wir da ganz gerne mal. Championship Monday! Hätte das bis auf die letzten beiden Matches wahrscheinlich noch so in die Raw-Ausgabe gepasst. Ähm, ja, ich hätte aber von dir, Tobi, gerne die Übersetzung. Ich hab mir die Promo am Ende, nachdem Asuka attackiert worden ist, extra aufgeschrieben. Auf Japanisch. Und, ähm, sie hat ja gesagt, ARAK! ARAK! Kata, kata, kaka, kaka! ARAK! Kata, kaka, ARAK! Ja, das heißt, ganz einfach, das ist Japanisch und heißt, kauft euch ein Spotfight-Hoodie. Kann man auch drauf kommen. Kann man auch drauf kommen. Kann das der Japan-Experte Chris denn bestätigen? Das kann ich bestätigen und ich hoffe, dass sich hier nicht lustig gemacht wird darüber, ja, weil das ist eine ganz tolle Sprache, ein tolles Land und besonders tolles Wrestling. Schaltet ein für das G1-Tournament, was gerade läuft. Es wird bei uns auf Spotfight eine G1-Review geben, wenn das Turnier vorbei ist, weil das nachgefragt worden ist. Äh, ja, das wird kommen. Also, äh, bitteschön, Chris, wenn das dann 15 Klicks hat, äh, dann weißt du, nächstes Jahr ist es dann erst wieder soweit. Alles für Klicks. Und wann darf ich endlich mein NXT UK machen? Du darfst jederzeit eine NXT UK-Review machen auf Patreon. Ja, habt ihr gehört. Sehr gut. Dann, äh... Ich muss nur einen Partner finden, sonst scheiß. United States Championship, Apollo Crews gegen Bobby Lashley. Erneutes Titelmatch für Apollo, die Paarung, äh, gegen Lashley, äh, ja, gab's jetzt ein paar Mal. Seit dem 15. Juni diesen Jahres hat Apollo Crews ausschließlich Matches gegen Mitglieder des Hurt Business bestritten. Nichts anderes. Nur gegen das Hurt Business seit, äh, dann jetzt mittlerweile fast drei Monaten. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum der Hype für das Match jetzt nicht über die Maßen groß war. Crews bekam einige Nierfalls gegen Lashley. Der zeigte effektiv in diesem Match zwei Moves, nämlich einen Yuranagi und einen Full Nerson. Und das hat nach acht Minuten auch zum Sieg gereicht. Ja. Ja, Chris, du darfst dich mal ehrlich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Von daher sag du irgendwas Sinnvolles. Lass dir was einfallen. Ich, ich lass mir was einfallen. Also, erstmal ist mir noch aufgefallen, dass Lashley irgendwann so einen Elbow-Strike richtig oversellt hat. Und ansonsten hat man gegen Ende ein paar Kontersequenzen eingebaut. Ich fand die Matchstruktur eigentlich ganz gut. Klar, ist jetzt im Vorfeld kein Match gewesen, worauf man irgendwie gespannt war. Hätte auch bei Raw stattfinden können. Aber ich finde auch, dieser Full Nelson Submission Move ist endlich mal ein Move, der auch geschützt wird. Also, man weiß eigentlich, wenn der kommt, ist das Match vorbei. Und das ist selten bei Moves in der WWE so. Ich fand ja das Payback-Match gut. Das hier war jetzt nicht so gut wie das Payback-Match. Das war nicht so stiff, sag ich jetzt einfach mal. Das war nicht so spannend, nicht so kompetitiv. Aber es war auch solide, würde ich sagen. Und es hat ein bisschen gezeigt, dass die Stellung von Lashley seitdem natürlich nochmal auf ein höheres Niveau gegangen ist. Also, dass er deutlich über Crew steht. Und das hat man, wenn man die beiden Matches vergleicht, auch gemerkt. Und kein Retribution, ja. Die haben sonntags frei. Die haben sonntags einfach frei. Das verstehe ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Also, warum ist ihnen das eigentlich so egal? Wenn sie so randalieren wollen. Die haben doch jetzt sogar Verträge. Ja, aber nicht fürs Wochenende. Nur für Montags. Die haben ja nur für Raw unterschrieben. Ja, stimmt. Und die anderen, was ist mit Lashley und Apollo, die haben auch nur für Raw unterschrieben. Ja, wenn man darüber nachsagt, könnte man auch sagen, Retribution müsste eigentlich jedes Match immer zerstören. Wie heißt es in einigen YouTube-Kommentaren so schön? Wartet doch erstmal ab, Leute. Wartet erstmal ab. Raw Underground muss ich da eigentlich immer noch abwarten, oder kann ich jetzt endlich sagen, dass ... Ich hab mir zu diesem US-Title-Match aufgeschrieben, ebenfalls solides, aber kurzes Weekly-Match, acht Minuten, aber für ein Pay-Per-View, für eine Großveranstaltung, auch das, ja, nichts, was man irgendwie groß gesehen haben muss. Und wir waren, das hat Björn schon ganz richtig gesagt, wirklich in dem Block der Show, den es wirklich nur gibt, weil wir wirklich alle paar Wochen im Pay-Per-View raushauen müssen. Wobei ich sagen muss, die zwei Matches jetzt fand ich noch voll in Ordnung, so auch von der Zeit her. Die waren ja nicht schlecht, aber das ist halt total irre. Kann man aber, finde ich, trotzdem so als kurze Dinger beim Pay-Per-View bringen. Ich finde eher, die zwei Sachen danach waren jetzt kritisch. Die hätte ich überhaupt nicht auf den Pay-Per-View gebracht. So, dann packe ich mal aus. Es gibt keinen Grund, dass dieses Matches stattfinden müssen, außer, dass wir diesen Pay-Per-View haben, ja. Sonst hätte es keinen Grund gegeben, weil das Match haben wir jetzt oft genug gesehen, Apollo hat oft genug verloren. Man hat versucht, die wieder ein bisschen gut darzustellen. Ich bin da absolut auf Tobis Seite, das kannst du so halt bei WoW bringen. Das musst du aber auch gar nicht mehr bringen, weil wir die Sache eigentlich schon komplett erzählt hatten. Und meine einzigste Notiz, die ich habe, ist hier US-Title, Apollo Crews gegen Bobby Lashley, Klammern C für Champion für Lashley, damit ich das nicht vergesse. Und dann, einzigste Notiz, GAN. Punkt. Ich habe mal ein bisschen geschaut, habe mir den Pay-Per-View-Kalender durchgewälzt von WWE. Mit NXT Takeover kommende Woche gab es jetzt in den letzten fünf Wochen vier Großveranstaltungen. Summerslam, Payback, Clash of Champions, Takeover. Wenn ich jetzt das Takeover vom Summerslam-Wochenende noch reinnehme, sind das fünf Großveranstaltungen in fünf Wochen. Und dass das jetzt auch bei NXT anfängt, nervt mich so ein bisschen. Ich glaube, also generell, weil ich mir die letzte Zeit immer mal ein paar Gedanken gemacht habe, sechs Pay-Per-Views im Jahr sind ideal. Aber wenn du halt jeden Monat mindestens ein Pay-Per-View raushauen willst, wenn nicht sogar öfter, dann endet das genau in diesen Blöcken hier. Dass du dann eben ein Rematch nach dem nächsten hast, was du schon 180 Mal gesehen hast. Und insofern, also, ja, WWE veranstaltet in fünf Wochen etwa so viele Pay-Per-Views wie manche andere Promotions im ganzen Jahr. Das einfach mal so in den Raum gestellt. Raw Tag-Team-Titelmatch. Andrade und Angel Garza eigentlich vor zwei Wochen getrennt. Jetzt wieder ein Number-One-Contender. Match 1.538.12. Gegen die Street Profits. Nee, 13. Komma drölfzig. Auch hier, die können alle arbeiten, sind alle gut in dem, was sie tun, keine Frage. Aber es ist nichts, was mich irgendwie nochmal aus dem Stuhl reißen kann. Und dann gab es hier einen wackeligen Spanish Fly von Angel Garza im Thunderdome. Und dann ist was passiert. Ich kann euch nicht genau sagen, wo. Irgendwas muss passiert sein. Angel Garza lag außerhalb des Rings. Im Ring Dawkins mit einem Spinebuster gegen Andrade. Eins. Zwei. Kick-Out. Die Kommentatoren sagen, Kick-Out. Die eingespielte Tonspur zählt bis drei durch. Der Referee zählt bis drei durch. Dawkins weiß überhaupt nicht, was abgeht. Mit Andrade weiß überhaupt nicht, was abgeht. Und das Match ist vorbei. Grund wohl eine Verletzung bei Angel Garza. Die Björn für ein abruptes Finish sorgt, was man trotzdem hätte besser lösen können. Ich kann ja ziemlich genau sagen, was passiert ist. Also ich habe extra nochmal, man kann ja zurückspulen beim WWE Network. Das ist ja das Tolle. Das habe ich nämlich auch getan. Auf dem preisgekrönten WWE Network. Auf dem preisgekrönten WWE Network. 999. Ne, man hat ja direkt gesehen, dass der Ringrichter das X gemacht hat, bevor Garza sich aus dem Ring gerollt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, guck mal, was passiert ist. Und er scheint einfach bei dem Kick, den er davor so ausgeführt hat, mit dem Knie umgeknickt zu sein. Sprich, Knieverletzung ist meine Vermutung. Also so, wie ich das mir quasi angeguckt habe. Und dann gab es ein kurzes Gespräch mit dem Ringrichter und der machte auch direkt das X-Zeichen. Und dann ist er aus dem Ring auch rausgerollt. Und bis dahin, alles gut. Ist eine fucking scheiß Sportart, die gefährlich ist. Da kann immer sowas passieren. Alles Gute auf diesem Weg für Garza. Der kann nichts dafür. Und wir hoffen einfach mal, dass es nicht allzu schlimm ist. Und nicht jetzt irgendwie eine Knie-OP braucht oder irgendwas anderes. Alles, was danach passiert ist, muss ich sagen. Ja, das darf passieren, wenn du vielleicht so ein kleiner Indie-Veranstalter bist und keine großen Möglichkeiten hast. Aber wenn du die WWE bist und dieses Produktionsmonster dahinter hast und so professionell bist und das seit so vielen Jahren machst. Wenn du dann von außen ein Kommando gibst und dieses Kommando wird gekommen sein. Okay, wir müssen das Finish ändern. Der nächste Move geht durch. Wir zählen mich drei durch. Der Schmerz ist beendet. Titelverteidigung. Das scheint zum Ringrichter durchgekommen zu sein. Der hat die Ansage anscheinend bekommen. Genauso die Leute, die anscheinend draußen waren. Nur leider hat man wahrscheinlich vergessen oder der Ringrichter hat vergessen, auch mal den Leuten im Ring Bescheid zu sagen. Und dann kommt halt so ein Finish zustande, wo halt bei zwei ganz klar ausgekickt wird. Der Ringrichter war trotzdem einfach durchgeklopft. Die Kommentatoren auch sagen, ja, Kickout bei zwei. Du hast ja auch ganz klar gesehen an den Gesichtern von den Westerns, dass sie in dem Moment nicht wussten, was los war. Man muss aber auch sagen, die hätten sie auch schneller schalten können. Also, spätestens nachdem mit drei durchgeschaltet, durchgepint worden ist, muss man da so professionell wahrscheinlich sein und sagen, okay, mein Kollege sieht da draußen verletzt. Anderes Finish, okay, das müssen wir jetzt hier irgendwie sellen. Das haben sie aber auch nicht so ganz sehen bekommen, muss man auch mal dazu sagen. Und das war alles sehr amateurstumperhaft. Es sind auf diesem Weg alles Gute an Gaza. Aber wie man es dann gelöst hat, war natürlich schon etwas sehr peinlich, muss ich sagen. Gerade weil es ein Tag-Team-Match ist, Chris, hast du ja eigentlich die Möglichkeit zu sagen, okay, komm, dann bringen wir es jetzt mit einer ordentlichen Sequenz zu Ende, ne? Ja, also die zwei waren ja fit, die da noch im Ring waren. Da hätte man auch einfach dann noch was anderes machen können. Sehe ich genauso, weil das Schlimme ist halt einfach, Andrade ist so eindeutig vorher rausgekommen, dass du jeden Zuschauer damit halt für dumm verkauft hast und auch komplett von dem Match abgelenkt hast. Also, es war vorher ja okay, es war so ein Standard-Tag-Team-Match, aber durch dieses Finish, was halt komplett Bullshit war, zieht es doch nochmal so ein bisschen runter. Also, das ist definitiv ein Match, was ihr auch skippen könnt, wenn ihr euch die Show im Nachhinein anschaut. Ich wollte noch eine Sache in dem Match selber erwähnen, und zwar gab es diesen Spanish Fly und den Kickout danach. Und ich finde, was man wirklich gelernt hat hier, ist, dass die Crowd hier, also die Reaktionen, die man eingespielt hat, viel lauter waren, dieses Mitzählen halt viel mehr da war und auch dieses Oh, beim Kickout, da muss ich echt sagen, es kam viel realistischer, als das noch vor ein paar Wochen der Fall war. Ich hab mir auch was zum Spanish Fly aufgeschrieben, ich hab mich geschrieben. Schade, dass Moose wie der Spanish Fly mittlerweile einfach kompletter Alltag sind. Früher ist man halt wirklich komplett ausgerastet, als man sowas gesehen hat, das ist ja wirklich so. Und es ist aber auch kein reines WWE-Problem, sondern es ist ein reines, komplettes Problem im Westing mittlerweile halt so, dass in vielen, viele Moves gezeigt werden, die eigentlich oberkrass sind und früher für jedes Finish gesorgt hätten. Heute zum Standard-Reporteur quasi von jedem, der ein paar Saltos machen kann, irgendwie dazugehören. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich kann mich noch erinnern, als ich meinen ersten Spanish Fly live gesehen hab, ich bin da selber quasi ausgerastet und dachte so, what the fuck, weißt du so. Und mittlerweile siehst du das quasi in jedem zweiten Match in der Weekly oder so, das finde ich so ein bisschen schade. Ansonsten müssen wir über eine Sache noch reden. Es gab ja dieses Finish und alles drum und dran. Es wurde ja geändert und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es keine Verletzungen gegeben hätte, wir hier neue Champions gesehen hätten, so wie es anscheinend geplant war. Und das finde ich schon sehr, sehr zweifelhaft, wenn man überlegt, dass wir eigentlich noch letzte Woche geplant waren. Sonst hätte die Versuchung sich da nach dem Pin nicht so ausgesehen. Also das sah quasi schon so aus, dass sie es nicht quasi vorher kommuniziert bekommen haben, dass sie ... Aber das nicht das Finish hätte sein sollen. Ja genau, das war ja nicht der Pin, der ... Ja, nicht nur das Finish sein sollte, sondern halt, ich glaube halt so, dass sie das komplette Finish geändert haben und eigentlich vorher geplant war, dass es hier einen Titelwechsel gibt. Das ist Spekulation, möglich, aber ich würde jetzt eher nicht drauf tippen, tatsächlich. Man kann trotzdem sagen, Andrade und Garza verstehen sich wieder. Also Selina Vega war das Problem, die zwei sind beste Freunde. Frauen sind immer das Problem. Sobald Angel Garza zurück ist, Rematch gegen die Street Profits, würde ich sagen. Geil, können wir doch noch mehr machen. Muss eigentlich kommen nach dem Finish, ja. Mal gucken, ob Andrade und Angel Garza noch am 9. und 12. Oktober zusammenarbeiten können, denn ab da wird es den WWE-Draft geben bei SmackDown und bei Raw. Seid ihr schon gehypt? Und eine Frage, juckt euch das denn überhaupt, ob Kevin Owens jetzt bei Raw gegen Aleister Black oder bei SmackDown gegen Baron Corbin antritt? Also es ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung zum nächsten Match, die wir jetzt vielleicht noch nicht machen. Aber wenn ich mir anschaue, wer da so rauskam und um welchen Titel diese Person antritt, ist es eigentlich wahrscheinlich relativ egal, wer bei welchem Brand vertreten ist. Aber ansonsten kann man natürlich vielleicht ein paar neue Möglichkeiten erschaffen für neue Titel-Matches. Wer wird der nächste Gegner von dem WWE-Champion, etc. Man weiß es nicht, vielleicht wird es ja auch jemand vom anderen Roster. Björn, sehen wir wieder diese geilen War Rooms von den beiden TV-Sendern? Ja, geil. Und dann streiten sie sich wieder halt so und nehmen dann einfach irgendeinen und feiern das total ab, wo die Person einfach vollkommen irrelevant ist. Ich freue mich jetzt schon drauf. Großartig. Geil, wir haben den großen Ninja aufholjagd. Jetzt geht's voran mit Raw. Drew Gulak hat in einer Promo gesprochen. Er widmete seinem Titelgewinn dem verstorbenen Akira Tozawa, der von einem Hai gefressen wurde. Das wurde ihr so gesagt. R-Truth rollte dann Gulak ein und gewann den Titel. Bayley war auch da. Ihre Gegnerin war Nikki Cross, die aber hier nicht anwesend sein konnte. Der Grund, wie gesagt, möglicherweise der Freund Killian Dain, der im Rahmen des NXT-Corona-Ausbruchs wohl zumindest in Quarantäne gesteckt worden ist. Und es gab dann, ja, Bayley, die herauskam und gesagt hat, ah, ich bin eigentlich so geil, ich kann den Titel hier gegen jeden verteidigen. Also, kommt raus, Referee, heb schon mal meinen Arm. Und wer kam heraus? Wer sollte die Herausforderung annehmen? Raw Women's Champion Asuka. Wenn man eine Frau aus dem Roster, das habe ich mir erst gedacht, zweimal in einer Nacht wrestlen lassen kann, dann am ehesten Asuka. Ja, die Ansetzung selbst, äh, eher ein Rematch vom Summerslam und auch auf unserem Discord-Server war die Reaktion eher so, ach komm, nicht schon wieder. Das ist das nächste Match, was wir schon hundertmal gesehen haben. Ja, man muss halt eine spontane Lösung finden. So, wie ich WWE kenne, haben die wahrscheinlich selber erst zwei, drei Stunden vorher davon erfahren. Das ist, dass man das so ansetzt, alright. Alright, das, was man danach gemacht hat, das war eher das, wo ich sagen musste, das war Quatsch. Chris, du bist schon ganz fragend. Ja, also, warum alright, dass man das ansetzt? Weil ich meine, Asuka ist ja bei Raw. Wenn du erst zwei, drei Stunden vorher davon erfährst und die Leute nicht anders anwesend sind. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also, ich meine, wir haben diese Brand-Invitation-Regel. Ist ja okay. Ist ja eine Open-Challenge. Ja, aber es geht ja trotzdem um den Smackdown-Frauentitel. Und seit wann darf eine Raw-Restlerin um diesen Titel antreten? Also, das würde ich dann doch... Du, das haben wir die letzten vier Monate gesehen. Über was kriegt ihr euch alle auf? Also, über was kriegt ihr euch denn alle auf? Ich muss sagen, also, wenn man das ein paar Stunden vorher erst erfahren hat und irgendwie quasi was bocken musste, dann finde ich das doch irgendwie am interessantesten fast. Und ja, wir haben dieses Match schon gesehen. Aber ey, Jungs, das war jetzt einfach auch nur dafür da, damit das geplante Segment mit Sascha Banks nicht fallen gelassen werden muss. Und man hat es ja perfekt geregelt. Ich meine, das Ding war ja nach zwei, drei Minuten nach der Kiel quasi auch erledigt. Und ich weiß nicht, wo das Problem ist. Und wenn die gewonnen hätte, dann hätte die halt einfach beide Gürtel gehabt. Und dann hätte die bei beiden Shows auftreten dürfen. Also, jetzt heulen wir nicht so rum, Chris. Ich möchte sagen, dass ich nicht finde, dass es perfekt gelöst war. Weil ich, klar, klar, das Match war mega kurz. Aber du hättest einfach irgendjemanden vom Smackdown-Roster nehmen können. Irgendeine irrelevante Person. Bayley hätte sie in einer Minute squashen können, clean gewinnen können. Dann hätte sie nicht dieses DQ-Finish hier noch gebraucht. Das bringt niemandem was. Und dann hättest du es ganz einfach gelöst und das nach dem Match trotzdem bringen können. Also, perfekt sage ich auch nicht. Ich sage zumindest, ich werde hier nicht draufhauen, weil wenn WWE wirklich erst zwei Stunden vorher was davon erfahren hat, dann wäre ich sie jetzt unter, das mache ich generell unter diesen Corona-Bedingungen nicht. Habe ich von Anfang an nicht gemacht. Wäre ich auch jetzt nicht anfangen, da jemanden für kurzfristige Änderungen richtig zu verdreschen. Das finde ich in dem Fall dann einfach unfair. Aber ich finde die Art und Weise, wie man es dann gemacht hat und wie es dann weiterging, das muss ich sagen, hat mich so ein bisschen gestört. Es geht hier drei Minuten, dann nimmt sich Bayley einfach einen Stuhl, verprügelt Asuka und das war's. Wo ich mir dachte, okay, ganz ehrlich, dann hättet ihr euch das sparen können. Was passiert danach? Sascha Banks kommt. Bevor du das danach sagst, es sollte eigentlich auch ein großes Champion-Versus-Champion-Match sein, was man hier einfach mal so random bringt, drei Minuten DQ. Finde ich jetzt auch nicht so schön. Warum? Also man hat die doch einfach nur zum Übergang drei Minuten lang erzählt und den Zuschauern glauben lassen, es kommt jetzt hier ein spannendes Match, weil hätte es einfach irgendjemand da rausgeschickt aus dem SmackDown-Kader halt so, dann hätte jeder gesagt, okay, wird eh jetzt abgefertigt langweilig. So waren für drei Minuten ein bisschen Spannung da und die Leute haben gedacht, ey, keine Ahnung, kann jetzt Asuka vielleicht echt jetzt hier Bayley nochmal ficken, weil sie so überheblich war? Und dann bringt man halt dieses Fuck-Finish, weil man sagt, okay, Bayley ist hier und Bayley will sich aus der Situation retten, weil damit hat sie ja nicht gerechnet, dass so eine starke Gegnerin rauskommt und schlägt deswegen mit dem Stuhl zu. Wo ist denn das Problem? Ich hätte es weggelassen. Also ich hasse es nicht, also es ist nicht so, dass ich sage, das ist furchtbar, aber war nicht ideal. Also ich habe mir hier gedacht, okay, nach diesen drei Minuten und Stuhl, ganz ehrlich, hättet ihr euch sparen können und hättet einfach direkt das gemacht, was danach kam. Denn Sascha Banks ist aufgetaucht, immer noch mit Halskrause, hat sich mit Bayley angelegt und hat sie dann noch mit dem Kendo-Stick verprügelt. Bayley zog sich zurück, bevor es schlimmer werden konnte. Deswegen, das war dann so ein bisschen, also bring eins davon, also entscheide dich. Entweder du bringst das mit Sascha Banks, dass sie zurückkommt, das kannst du gern als Segment von mir so machen, weil Nikki Cross ist nicht da, deswegen Sascha Banks, das Comeback, voll okay. Oder du bringst, wie Bayley einfach ein Match gegen irgendwen aus dem Smackdown-Roster bestreitet, dann ist das in Ordnung. Aber so war es irgendwie so ein Mischmasch. Klar, du musstest spontan reagieren, aber diese drei Minuten und diesen Stuhlschlag gegen Asuka, das hat keinem irgendwas gebracht. Und insofern denke ich mir, wenn es keinem irgendwas bringt, dann muss es auch nicht auf einer Pay-Per-View-Cut stehen. Das wurde spontan gebracht und dass Sascha kommt, das war halt schon geplant. Also normalerweise wäre geplant gewesen, Bayley gewinnt hier wahrscheinlich nach zehn Minuten gegen Nikki Cross. Und dann kommt Sascha raus, nachdem Bayley weiß ich noch ein bisschen auf Nikki Cross eintrügelt oder was, halt so, macht den Safe halt so, ja. Und alles das, was wir dann quasi gesehen haben, das war quasi geplant und so musste man umplanen und hat die Sache dann halt mit Asuka gebracht, die ich jetzt halt nicht so schlimm fand. Vor allem, weil sie ja vorher schon oft genug miteinander jetzt zu tun hatten und man hat die Charaktere gestärkt, indem Bayley hier gezeigt worden ist, okay, die tut sich dann halt Feige hier quasi so mit einem Stuhlschlag rauswinden, halt so. Und dann kommt halt die gute, gute Sascha raus. Damit habe ich eher ein Problem, dass sie jetzt schon wieder so früh wieder da ist und außer, dass sie ein paar Mal am Halsfassen quasi fit ist, das finde ich eher, hätte man vielleicht noch ein bisschen auszögern können. Aber wahrscheinlich fehlen da auch einfach der WWE aktuell die Gegnerin. Man hätte wirklich noch warten können mit Sasha Banks, auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass man die Rache noch nicht 100 Prozent bringt, also nur anteast, so, dass der Moment dann noch größer werden kann. Und ich glaube safe, dass Sasha gegen Bayley Hell in a Cell-Match wird. Also da bin ich mir fast sicher. Und ansonsten, ja. Und dann gibt es den Eingriff von Alexa Bliss, die als Fiend besessen das Lichtrot macht, fuck Finish und dann ist sie Champion, ohne überhaupt im Match zu stehen. Ja. Ja, okay, gut. Und Vince Russo lässt grüßen. Ja, Hell in a Cell, das ist der nächste Pay-Per-View mit roten Käfigen, kann ich euch sagen. Äh, die wird es da geben. Es gab, äh, ein weiteres Match, der Co-Main-Event tatsächlich bei dieser Show, Life Threatening. Ein lebensbedrohliches Match, so wurde es, äh, verkauft im Probo-Paket. Drew McIntyre traf auf Randy Orton in einem Ambulance-Match, es ging um den WWE-Championship-Titel. Die Story nach dem Summerslam war, äh, regeneriert sich der jeweils andere nach einem absoluten Finisher-Overkill. Außer dem tatsächlichen Töten der Glaubwürdigkeit der Finisher hat man da leider im letzten Monat nicht mehr so wirklich viel erreicht. Außerdem, Randy Orton verliert bei Payback Clean in sechs Minuten gegen Keith Lee. Wenige Wochen später steht er trotzdem im Singles-Titelmatch gegen Drew McIntyre. Keith Lee spielt hier auf dieser Pay-Per-View-Card keine Rolle. Nach wenigen Minuten hat Randy Orton zum Pantkick angesetzt, aber einer Hand griff an seinen Fuß. Und das war der Startschuss für diesen roten Faden, der sich hier durchs Match ziehen sollte. Da war die Antifa, ne? Da war, äh, jemand, der so aussah wie die Antifa, da habe ich auch Retribution arbeitet, aber es war nur The Big Show. Was heißt nur The Big Show? Es war The Big Show! Großartig! Clash of Champions 2020, The Big Show. Äh, arbeitet noch am Sonntag, hat Randy Orton attackiert, mit einem Chokeslam durchs Kommentatorenpult befördert. Geil, Chris. Das ist Star Power. Das jetzt nicht unbedingt, aber ich fand, dass Storytelling mit den Leuten, die Orton, äh, vorher gepuntkickt hat und die hier Drew geholfen haben. Ich meine, das ist ja noch mit anderen Leuten passiert. Später, Orton hat sie immer wieder in den Promos auch die letzten Wochen erwähnt. Ja, fast so ein bisschen das Storytelling-Highlight des Matches, wie man sie eingebaut hat, ehrlich gesagt. Also, das fand ich gut gemacht und der Björn schüttelt den Kopf und wird jetzt richtig dagegen. Also, gerade im Anbetracht der Tatsache, wie das Match dann ausging, muss ich sagen, war es gewollt und nicht gekonnt eigentlich. Also, ich will ja nicht den ganzen Matchen vornehmen, aber das war eine absolute Katastrophe. Das war eine absolute Katastrophe, wie du, McIntyre, als Champion hier darstellst, der dieses Match quasi viermal verloren hätte und nur dank der Hilfe der anderen noch irgendwie jedes Mal eine Chance hatte. Ähm, wenn's am Ende dann von mir aus einmal ist, dass die alle vier helfen oder irgendwas halt so, okay, keine Ahnung was halt so, ja. Aber so, wie man Drew McIntyre in diesem Match dargestellt hat, war das für mich eine absolute Katastrophe. Und hat, ja, ich musste bei jedem Segment kurz schmunzeln halt so und war auch schön, ja. Aber das ist halt als Storytelling, als Charakterbuilding auch für Drew McIntyre und so eine absolute Katastrophe gewesen. Sorry, also, der sah aus wie der letzte Clown, den er das Match hier viermal verloren hat. Die Idee verstehe ich, aber die Umsetzung gerade, also, vor allem, wenn wir uns dann das Match wirklich anschauen. Also, es war ja so, Drew McIntyre, äh, hat ja wirklich, eigentlich nicht wirklich viel gerissen. Und Randy Orton wurde dreimal von anderen Leuten attackiert. Also, einmal gab's The Big Show, dann Backstage, irgendwann Christian und dann irgendwann auf dem Ambulance, als sie sich da gebrault haben, kam schon Michaels und kickt Randy Orton vom Ambulance runter. Der stürzt nach unten und alle denken, okay, jetzt muss es vorbei sein. Was ist der nächste Move? Randy Orton zeigt ein RKO gegen Drew McIntyre. Das heißt, trotz der Tatsache, dass Randy Orton hier dreimal attackiert wurde, hat er, sag ich mal, 70 bis 80 Prozent dieses Matches relativ deutlich dominiert. Und letzten Endes, er verliert dann trotzdem das Match, denn, äh, nach einem, ja, nach einem Puntkick von Drew McIntyre hat Drew McIntyre das Match dann trotzdem gewonnen. Äh, muss, man muss aber sagen, tatsächlich, er hat dafür ganz schön Hilfe gebraucht. Im Match selbst sah er nicht wirklich gut aus. Also, die Brawls, die es in diesem Match gab, erinnert mich so ein bisschen an ein Videospiel, wo du immer dieselbe Taste drückst. Also, da war es gerade in den ersten 5, 6, 7 Minuten sehr monoton. Und, äh, dann gab's eben diese verschiedenen Eingriffe. Und Drew McIntyre, klar, hat hier krasse Bumps eingesteckt, vor denen ich Respekt hab, auf die Windschutzscheibe und so. Äh, aber letzten Endes, äh, muss ich sagen, dieses Match hat am Ende nicht so wirklich wem weitergeholfen. Und, äh, Björn, ich weiß nicht, wie's dir geht, mich irritiert so ein bisschen der Zeitpunkt. Warum muss man genau jetzt Randy Orton gegen all diese Legenden, äh, unterbuttern? Warum müssen die jetzt ihren Payoff kriegen? Und warum muss man das vor allem gleichzeitig machen, äh, während Drew McIntyre dann trotzdem das Match gewinnt? Also, das hat irgendwie für mich, äh, das wirkte nicht so wirklich schlüssig. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Also, ich muss auch sagen, die Bumps, die genommen worden sind und so, ja, auch auf die Windschutzscheibe. Ich meine, da hat sich ja, ähm, Drew McIntyre einige Schnittwunden am Rücken zugezogen und alles halt so. Das war schon sehr ordentlich. Aber mich haben diese ganzen Unterbrechungen halt komplett aus dem Match rausgeholt. Und ich konnte dann halt wirklich auch Drew McIntyre halt nicht mehr irgendwie im Herzen zujubeln und sagen, okay, du bist der große, starke Mann, der sich irgendwie versucht, gegen Orton durchzusetzen. Ähm, ich fand das vom Storytelling echt wirklich grausam. Der Einzige, den sie echt gut eingesetzt haben, war am Ende Ric Flair. Ja, ich habe eigentlich gedacht, der ist die Idee, der bestimmt das Match entscheidet irgendwie, weißt du so. Aber den hat man zum Glück nur eingesetzt, um dann Drew McIntyre, äh, um Orton aus der Halle zu fahren mit dem kaputten Krankenwagen. Alles andere fand ich wirklich katastrophal. Ich fand, das war der, also bis jetzt, man muss das sagen, also bis zum letzten Pay-Per-View war das ja eine grandiose Story, die man hier erzählt hat. Ja, die ist jetzt echt ziemlich von der Klippe geschwungen, muss ich sagen, mit diesem Match auch. Also ich fand das, wie gesagt, nicht so schlecht wie ihr, auf jeden Fall, wie man das gelöst hat vom Pay-Off. Und ich finde, das hat halt durch die Story-Vergangenheit eigentlich ganz gut reingepasst. Und klar, du hättest McIntyre ja noch eine dominante Darstellung kennen. Im Endeffekt hat er das trotzdem klar und eindeutig gewonnen, das Match. Zum Match selber würde ich aber zustimmen, das fand ich jetzt auch nicht besonders oder so. Also es ist halt dadurch, da ist Retribution anscheinend doch am Arbeiten am Sonntag, würde ich sagen. Zum Beispiel bei Christus eingreifen. Hier, soll ich mir mein Lichtflackern machen? Von Retribution ist ja trotzdem, bei mir arbeiten sie ja trotzdem irgendwie sonntags. Ja, du warst gerade dabei zu sagen, dass du das Match selbst, äh, also doch insgesamt jetzt gar nicht so ... Nee, das Match selber, wie gesagt, Ambulance, Match-Stipulation, schwierig umzusetzen. Für mich dieses viele Gebrawle, dann vereinzelte Schläge, nur rumwerfen, viele Pausen, ist einfach nicht meine Art von Match. Mir hat auch die gewisse Brutalität gefehlt, die du halt bei so einer Stipulation brauchst. Also ich finde, das hätte noch brutaler werden müssen. Ich fand das Match jetzt nicht schlecht, wie gesagt, auch mit dem Storytelling im Endeffekt. Aber, ja, war solide und so würde ich es bezeichnen. Ich glaube, ich fand es jetzt nicht so schlimm wie ihr. Für mich gab es nach dem Summerslam einen starken Drew McIntyre, einen starken Randy Orton und ein starkes, vielversprechendes Debüt von Keith Lee. Jetzt, vier, fünf Wochen später, haben wir einen schwachen Keith Lee, einen schwachen Randy Orton und, wie ich finde, auch einen schwachen Drew McIntyre. Und in Anbetracht dessen muss ich sagen ... Nee, Orton ist stark, Orton ist stark, Orton ist stark, come on. Obwohl drei Leute eingegriffen haben und so, hat er quasi viermal das Match gefunden. Trotzdem, beim Summerslam verloren, Payback in sechs Minuten verloren, hier verloren. Ich finde aber trotzdem nicht, dass Drew McIntyre schwach ist, ehrlich gesagt. Doch, also nach diesem Match ... Der hat ja, also, Drew McIntyre hat ... Also, in diesem Match dar er schwach aus. Wir sagen ja nicht, dass der schwach ist. Der wird immer noch die gleichen Hand hin drücken wie gestern. Aber wenn du dominiert wirst, trotz dreier Eingriffe gegen den Gegner, machst du vielleicht nicht ganz so viel richtig. Ich habe mir am Ende gedacht, immerhin kam der Fiend nicht aus dem Krankenwagen. Ric Flair hat ihn, wie Björn das schon gesagt hat, dann weggefahren. Aber ansonsten, ja, ich weiß auch jetzt nicht so wirklich, wie es weitergehen soll. Ob es jetzt einfach weitergeht mit dem Hell in a Cell Match, ob Keith Lee sich hier einmischt. Keith Lee müsste eigentlich noch ein Titelmatch bekommen, weil ... Also, beziehungsweise, was heißt ein Titelmatch? Das nicht, aber nochmal irgendwie eine Chance, um eins zu bekommen, weil er gegen Drew McIntyre nicht verloren hat die letzten Male. Ja, er sah nur jedes Mal aus wie die Loser, das ist korrekt. Ja. Das stimmt. Übrigens, Drew McIntyre hat immer noch kein Pay-Per-View-Main-Event seit seinem WWE-Titelgewinn. Stimmt, war wieder nur der Co-Main-Event. War wieder nur der Co-Main-Event. Auch hier war das der Fall. Ja, da bin ich mal gespannt, was die Leute schreiben. Also, ich würde jetzt nicht so ein vernichtendes Urteil wie Björn fällen, aber ich bin schon eher bei ihm, dass ich sagen würde, dass das nicht so wirklich funktioniert. Die Grundidee zu sagen, ey, diese Legenden, die wir in den letzten Monaten hatten, die rächen sich jetzt an Randy Orton. Das als Grundgedanke finde ich ja in Ordnung, das ist auch durchaus kreativ, aber die Umsetzung hier innerhalb des Matches hat, finde ich, am Ende des Tages niemandem so wirklich weitergeholfen. Und auch, dass Drew McIntyre dann jetzt hier als Champion trotzdem weitermacht, es wirkte irgendwie nicht so wirklich harmonisch. Ich bin mal gespannt, was man jetzt für Hell in a Cell uns versucht auf den Weg zu bringen. Ist ja auch schon wieder nur noch vier Wochen. Ja, das heißt, du hast jetzt vier Weeklys, um uns ein neues Pay-Per-View-Match dann wahrscheinlich in einem Hell in a Cell aufzutischen. Und ich hoffe, dass das irgendwie, ja, bitte ein bisschen Storytelling und nicht einfach nur, du sagst das, ich sag das, wir haben ein Match. Ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen vielschichtiger wird. Vielleicht so vielschichtig, ja, das wird es nicht werden, wie dieser Main-Event, den wir hier gesehen haben. Ihr habt ja in der Preview gedacht, es wird der Co-Main-Event, aber tatsächlich hat es die Show abgeschlossen. Was ich spannend fand, denn, also, das war alles andere als ein Happy End für diesen Pay-Per-View. Dennoch kann ich euch sagen, das war mein absolutes Highlight bei diesem Pay-Per-View. Roman Reigns gegen ... Aber, zur Entschuldigung möchte ich sagen, ich habe auch getippt, dass Orton der Main-Event ist, weil er den Titel gewinnt. Das ist ja nicht passiert. Das ist korrekt. Roman Reigns gegen Jey Uthos, gegen den Universal Championship Titel. Diese Fede ist das, was wir bei WWE vermissen, Storytelling mit Fokus auf Charakterbildung. Die Tiefe von Persönlichkeiten, auf die Geschichten hinter den Persönlichkeiten zurückblicken. Deswegen für mich die Fede des Pay-Per-Views gewesen, auch wenn die noch gar nicht so viel Zeit gehabt hat. Aber hier hat man alles gemacht, was wir uns sonst immer von WWE-Storylines wünschen. Und wenn ihr euch zum Beispiel immer fragt, ja, was müsste WWE in der Tag-Team-Division machen, damit da was passiert? Solche Geschichten mal mit ein paar Tag-Teams erzählen, dann würde da auch was Gutes draus entstehen. Jey Uthos, dieses Chronicle-Special kann ich euch empfehlen. Richtig cooler Typ, wie er da mit seinen Söhnen abhängt, wie er da chillt, wie er einfach so ein bisschen in seiner Küche hängt und erzählt, wie die Familie sich zusammensetzt und so weiter. Auch geil, dass er hier ein Pay-Per-View-Main-Event bekommen hat. Also gönne ich ihm auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Kam dann auch hier heraus mit so einer Blumenkette kam er heraus. So ein bisschen, dass so ein samuanischer Brauch, denke ich, kann man sagen. Tribut, ja. Ja, Tribut. Familienoberhaupt. Familienoberhaupt, genau. Sein Blick, 100 Prozent Fokus die ganze Zeit. Roman Reigns, neues Attire, weniger ist mehr, die Weste ist weg, Leute. Oberkörperfrei und der Mann hat eine Shape, für die er sich absolut nicht verstecken muss. Ganz im Gegenteil. Ja, sieht ganz genau so aus wie ich. Also hab mich sehr identifizieren können mit ihm. Und ja, passt viel besser, auch zu seinem Charakter. Finde ich eine absolut richtige Änderung. Ja, definitiv. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da bei sehr, sehr vielen weiblichen Zuschauern ganz, ganz viel Milch in die Brust eingeschossen ist in dem Moment. Als sie das gesehen haben, der Mann kann sie so sehen lassen. Also, Chris sieht ja ähnlich aus. Ich arbeite noch dran, aber ich hab schon auch so 95 Prozent erreicht. Roman Reigns. Und die Klauze stört noch. Roman Reigns. Und der Bart muss kommen. Roman Reigns ist der Topstar von WWE im Moment. Ein Segen für das Produkt. Und auch dieser Main Event, wie ich fand, ein Segen für das Produkt WWE. Es gab einen langsamen Beginn mit sehr viel Trash-Talk. Roman Reigns hat sehr viel dominiert. Uso bekam nur sehr wenige Hoffnungsmomente, wie der Chris sagen würde. Aber ich sag's nicht, weil es würde voraussetzen, dass Hoffnung mit inbegriffen ist. Das war für mich nicht der Fall. Es wurde im Match auch herausgestellt, warum Reigns trotzdem so erfolgreich ist und Jey Uso nicht. Denn es war dennoch so, auch wenn Chris gerade gesagt hat, sehr fokussierter Blick bei Jey Uso. War es dennoch so, Roman Reigns hat wirklich straight Business, hat einfach seinen Gegner zermatscht. Während Jey Uso, wenn er mal die Chance hatte, dann angefangen hat, uh, uh, und zu tanzen. Wo ich mir dann dachte, okay, ja, das zeigt mir schon nochmal. Also Jey Uso ist ein cooler Typ, aber vielleicht auch einfach ein bisschen naiv. Und das ist auch der Grund, warum er eben nicht so regelmäßig in Pay-Per-View Main Events steht. Nach langer Dominanz von Reigns gab es dann dieses eine große Comeback von Jey Uso. Es gab zwei knappe Near Falls, die ich leider nicht gekauft habe. Ich könnte euch jetzt anlügen, aber nein. Aber rein vom Booking her hat man da sehr viel richtig gemacht. Nochmal ein Big Splash von Jey Uso hinterher, der erneute Near Fall. Und beim Kick-Out verpasste Roman Reigns Jey Uso bewusst oder unbewusst, who knows, einen Low Blow. Ein kleines, feines Detail. Guter, also wirklich ein gutes Gimmick und ein Pluspunkt auf jeden Fall. Und dann hat Reigns in den Modus geschaltet, yo, screw it, ich gewinn das jetzt nicht nur, sondern ich mach ihr eine absolute Ansage. Und Reigns hat auf Jey Uso eingeprügelt und meinte, los, du hast mich jetzt anzuerkennen als den Tribal Chief. Ich bin das Familienoberhaupt, sag es mir ins Gesicht, dass ich derjenige bin. Und Reigns meinte die ganze Zeit weiter, acknowledge me, acknowledge me. Und dann kam irgendwann Jimmy Uso heraus, der Bruder, und hatte ein Handtuch dabei und meinte, ey komm, ich kann das Handtuch werfen, dann ist es vorbei. Aber Jey meinte, don't do it. Reigns meinte, hör nicht auf ihn, es war dramatisch. Reigns prügelte weiter auf Jey ein, Jimmy wirft dann letzten Endes das Handtuch. Nach knapp 23 Minuten Reigns überreicht, oder Reigns bekommt von Heyman dann diese Kette überreicht, von der wir gerade gesprochen haben. Diese Blumenkette als Symbol wert und damit endet der Pay-Per-View. Roman Reigns ist der anerkannte Tribal Chief, er ist das Tier, das sich seine Führungsposition krallt. Rein vom Wrestling her war das jetzt keine Sensation, aber rein vom Storytelling, diese Emotionen, die transportiert wurden, für mich der beste Main Event bei WWE bisher im Jahr 2020. Ja, bin ich bei dir. Ich hab ja nicht viel erwartet, weil ich halt genauso wie du einfach nicht glauben wollte, dass Jey Uso hier eine effektive Chance hat, diesen Gürtel zu gewinnen und dass Roman Reigns den Drop, das war für mich wirklich komplett ausgeschlossen. Das wäre fast eine größere Überraschung für mich gewesen, als die Niederlage vom Undertaker bei WrestleMania 30, in Anführungszeichen. Ja, das ist, ähm, aber wie man es dann hier erzählt hat, ähm, komplett vom Wrestling-Match mal aus und rum, die reine Story, die man hier erzählt hat, auch mit diesen schönen Details, wie du gesagt hast, beim Kick-Out von Roman Reigns, dass er dabei den Low-Blow raushaut, mit seinem Charakter alles, super. Auch was man danach erzählt hat, genau das, was ich ja auch gefordert hab in der Preview. Ich hoffe, dass es erst ein schönes Match gibt, Uso ein bisschen mithalten kann, dadurch ein bisschen gepusht wird, dass man zeigen kann, so, oh, der kann auf dem Level irgendwie mithalten. Und dann will ich aber sehen, wie Reigns ihn in die Scheiße rausprügelt halt so, um Reigns auch weiter nochmal zu festigen in seiner Position. Ähm, und gleichzeitig können wir das Mitleid quasi aufbauen für Jey Uso, ja. Und das hat man hier perfekt erzählt, auch mit dem Bruder, der rausgekommen ist, der dann im Endeffekt dafür quasi gesorgt hat, dass das Match beendet wird, weil Jey ja nicht aufgeben wollte halt so und es nicht über die Lippen bringen wollte, dass er nicht der Anführer der Familie ist, sondern dass es weiter Reigns ist. Ich muss sagen, das war grandios. Also, das war wirklich grandios. Dafür, die Storybar hat jetzt sogar keinen Titel gebraucht oder irgendwas halt so, ne. Das hat man hier vom ersten Moment an, das war leider eine sehr kurze Zeit, das hätte man auch viel, viel länger ziehen können, meines Erachtens. Aber vom ersten Moment an, als man diese Story angegangen ist, bis jetzt zum entscheidenden Handtuchwurf grandios gelöst. Man hat auch direkt die Rollenverteilung am Anfang des Matches klargemacht, also auch die Story des Matches. Und ich fand es auch sehr, sehr interessant, dass Roman Reigns so viel gesprochen hat generell. Das war halt so besonders an diesem Match. Das war mal was komplett anderes. Dadurch hat sich das auch so ein bisschen abgehoben. Und ich finde trotzdem auch, dass man mit Jey Uso hier sehr gut mitfühlen konnte. Also Emotionen, die man reingebracht hat. Sein Comeback dadurch umso besser, weil man wirklich länger darauf hingearbeitet hat. Er hat dann viel Energie, viel Leidenschaft reingebracht. Und Tobi, ich finde, er hat auch ein paar Hoffnungsmomente bekommen. Dafür hätte ich Hoffnung haben müssen, die hatte ich leider trotzdem nicht. Ja, so ein bisschen doch. Ein bisschen hatte ich die auf jeden Fall. Du hättest wirklich geglaubt, dass Jey Uso Universal Champion wird und Roman Reigns den Titel abnimmt? Und in diesem kurzen Moment, ja, da lebt man mal kurz, da träumt man kurz und denkt mal an nichts. So wie man das machen sollte generell im Leben. Und das machst du ohne Drogen? Das mache ich ohne Drogen. Und Reigns hat auch irgendwann so einen Rough Rider ausgepackt. Das war auch ein cooler neuer Move in seinem Moveset. Ich weiß nicht. Den Low Blow wollte ich auch erwähnen mit der Reigns-Lache danach. Das war ein schönes Detail. Das Finish passt halt perfekt zur Story. Dieses Statement, der kleine Cousin kriegt eine Lektion erteilt. Jimmy Uso hat auch perfekt reingepasst. Da würde ich auch fast sagen, gibt dem noch ein Match irgendwie gefühlt, wenn der fit wäre. Und ansonsten war das einfach ein sehr schöner Mix aus Wrestling, Dramatik so ein bisschen und Storytelling. Beziehungsweise auch so ein Mix aus einem Wrestling-Match und einem Segment sozusagen. Und ja, das war was anderes. War für mich auch dementsprechend als Gesamtpaket das Highlight der Show wahrscheinlich. Es war für mich nicht der beste Main Event im Jahr 2020 bei WWE, glaube ich, Tobi. Weil ich glaube, ich finde, das Rumble-Match war auf jeden Fall... Nee, 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 den der besser war. Rumble-Match fand ich besser. Und ich würde auch sagen, dass ich Edge gegen Orton besser fand. Rein vom Match. Nee. Nee. Also vom Match her, okay, vielleicht aber mit dem Storytelling dabei und so, das gehört für mich ja auch immer dazu. Muss ich sagen, kann ich das hier einfach nur ganz, ganz loben, so wie ihr auch schon. Mal gucken, vielleicht hat man ja schon was von der Zukunft aufgebaut, was ich nicht hoffen möchte, weil ich es absolut dämlich halten würde von den aktuellen Situationen von der WWE, was die Tagsendivision angeht. Aber vielleicht ist ja Jay irgendwann noch sauer auf Jimmy, weil er das Handtuch geworfen hatte und gar nicht wollte und so. Also so, da können wir natürlich dann auch wieder Differenzen aufbauen oder irgendwas. Ich will jetzt nicht hoffen, aber mal gucken, vielleicht machen wir das später nochmal auf. Ansonsten muss ich sagen, hat man hier so viel richtig gemacht, dass ich einfach gar nicht glauben kann, dass es die WWE gebuckt hat. Und das hat es wahrscheinlich auch nicht. Es war wahrscheinlich Paul Heyman. Also man muss wirklich sagen, auch das nochmal wirklich zum Unterstreichen, Paul Heyman und Roman Reigns sind ein großartiges Du. Und Roman Reigns ist exakt da, wo ihn sich alle immer gewünscht haben. Er ist nicht mehr dieser Marketing-Aushängeschild-Mensch, der alles gewinnt und alles weglächelt. Nein, der Typ ist jetzt ein Badass, der nur noch sich um sein Business kümmert, hat mit Paul Heyman jemanden an der Seite, der dafür steht, Leute zu managen, denen es auch nur ums Business geht. Und insofern, diese Kombination ist richtig stark. Wie sie es in den Matches umsetzen, ist richtig stark. Auch Roman Reigns, die Art und Weise, wie er es durch Mimik und Gestik transportiert, finde ich authentisch, finde ich glaubwürdig. Und das ist eine ganz wichtige, neue, starke Facette. Dass das der Main Event war, auf der einen Seite nachvollziehbar, weil es deutlich besser war als das Ambulance-Match. Und deswegen finde ich das auch voll in Ordnung. Auf der anderen Seite, es ist halt jetzt nicht so dieses Happy End für einen Pay-Per-View. Brauch's aber auch nicht immer. Trotzdem war es schon fast ein bisschen deprimierend, beängstigend, wie Roman Reigns dann da wirklich stand als der Tribal Chief. Und das war als Main Event einfach für den Moment, wie das geendet ist. Ich hab wirklich ein gutes Gefühl gehabt. Ich hab ein gutes Gefühl gehabt, hab mir wirklich gedacht, ey, WWE, ihr habt hier wirklich ganz viel von dem gemacht, was ich mir immer wünsche. Und diese Form des Storytellings bitte weiter betreiben. Bitte, der Plan für Hell in a Cell steht hoffentlich schon. Und dann bin ich mal gespannt, wie man mit Roman Reigns weitermacht. Der ist im Moment wirklich, er steht so hart über allen anderen. Das ist, ja, es wird super deutlich. Eine Sache noch, auch wenn das vielleicht nicht passieren wird, aber in der Theorie muss das eigentlich auf einem riesen The Rock gegen Roman Reigns Match aufbauen. Also es würde halt so gut passen, dass du als, und im Endeffekt, dass Roman Reigns sich da durchsetzt und dann nochmal seine Stellung in der Familie festlegt natürlich, weil du Roman Reigns dadurch nochmal absolut overbringen kannst. Und sei mal nur so dahingestellt. Vielleicht kommt das irgendwann. Die Patrone wissen, das hat er von mir geklaut aus der Preview. Nein. Nein. Das Fazit. Ich weiß, es kann sein, dass du das gesagt hast. Aber, man muss es ja trotzdem erwähnen, Björn, ne? Das Fazit zu diesem Pay-Per-View. Ich habe mir das vor allem nochmal zeitlich aufgeschrieben. Es gab am Anfang wirklich gute 30 Minuten. Dann gab es anderthalb Stunden Raw. Und dann gab es nochmal 23 Minuten wirklich starkes Ende. Und wenn ich das insgesamt so auf die Zeit rechne, der Mittelteil, damit lockst halt keinen vor. Mit dem Anfang, mit dem Ende hast du ein Highlight. Und ich habe auch mal geguckt, ich habe Payback zum Beispiel 4,5 Punkte gegeben. Da war der Main Event aber ein Clusterfuck, weil der Main Event hier deutlich, deutlich, deutlich besser war. Und wir auch ein gutes Ladder-Match hatten, wäre ich tatsächlich hier am Ende bei 6 von 10 Punkten. Ich bin gespannt. Schreibt uns das mal gerne gerade auch in den Live-Chat. Hier um 5.06 Uhr, die 242 Zuschauer, die ja mit am Start sind. 244 jetzt sogar. 6 von 10 wäre das, was ich raushauen würde. Es gibt übrigens auch in der Videobeschreibung eine Sterne-Wertung. Die ist nur von mir und ist subjektiv. Chris, dein Fazit zum Pay-Per-View. Ich muss nochmal sagen, dass ich finde, die Thunderdome-Reaktionen waren hier viel lauter und authentischer als sonst. Ich weiß nicht, ob... Die waren viel unauthentischer. Die waren viel unauthentischer. Es gab so ein lautes Brummer zwischendurch, was man immer eingespielt hat. Ich finde, bei einigen Aktionen in einem Match kam mir das einfach besser. Wenn die auch das Klatschen eingespielt haben und dann alle auf ihren Monitoren am Klatschen waren und dann war der Klatsch-Sound aber schon vorbei und alle haben immer noch eine halbe Minute geklatscht. Das sind natürlich andere Beispiele. Ich sage auch nicht, dass es hier absolut perfekte Reaktionen und so. Ich will natürlich wieder eine normale Crowd. Ich möchte unbedingt bei Thunderdome dabei sein. Ich werde mich auf jeden Fall die nächsten Tage immer wieder einschreiben und werde gucken, dass ich auch einen Platz kriege. Ich möchte wissen, wie das abläuft. Ob die da wirklich dann einen Ansagen, so jetzt bitte alle klatschen oder so. Aber machen sie. Der Pär war ja heute, der hat es ja tatsächlich in den Thunderdome geschafft, unser Social-Media-Guy. Der war tatsächlich im Thunderdome für ein paar Minuten und es ist so, du siehst dann wirklich einen Animator, so einen Moderator, der dir sagt, was du jetzt zu tun hast. Geil. Der dann sagt, mach das, mach das und wenn du es nicht machst, wirst du halt rausgeworfen. Ja, ich muss auch. Ich muss unbedingt auch in diesen Thunderdome. Nach zwei Minuten war es das mit der Jobber-Experience. Aber ich finde es ganz lustig, der Chris lobt jetzt gerade den Thunderdome und WWE hat definitiv Verbesserungen gefunden. Ich will den Thunderdome gar nicht loben, ich will nur sagen, dass es besser geworden ist. Genau, und in einem Monat ist diese Error wahrscheinlich auch schon wieder vorbei. Zum Glück. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder Zuschauer haben. Dann werden wir Zuschauer haben. Ist die Frage, wie viel, ist die Frage, wo. Die Frage, ist das clever? Lieber in Open Air, also wenn WWE jetzt irgendwie hier 5000 Leute in eine geschlossene Arena setzt, also dann habe ich Bauchschmerzen. Ich habe generell schon Bauchschmerzen, dass Resting läuft, aber das ist nun mal so. Aber das ist eine Sache, das müssen wir mal gucken. Hell in the Cell wird dann das letzte Event wahrscheinlich sein im Thunderdome, mit Raw dann vielleicht noch danach. Und dann will WWE wohl wieder touren. Bin ich mal gespannt. Wie viele Sterne hast du das gegeben, Chris? Ach so. Ja, Meinung zum Pay-Per-View generell. Also ich finde auch unterhaltsamer Opener, solide Matches danach. Dieses Raw-Attack-Smackdown-Frauen-Ding war für mich die schwächste Phase. Der Main Event, wie gesagt, wirklich guter Mix aus Wrestling, Storytelling. Ich finde, die Show ist auch bis zu den zwei großen Matches sehr schnell vorbeigegangen. Also ich finde es ganz schön, dass die unwichtigeren Matches alle nur unter 10 Minuten gingen. Das wollte ich vielleicht nochmal als positiven Punkt hervorheben. Und ja, dadurch die Show insgesamt ordentlich. Also ich wäre da ungefähr bei Tobi. Ja, spontane 6 so, passt eigentlich ganz gut rein. Okay, also ich muss sagen, ich bin da fast komplett beim Tobi, aber auch nur fast. Ich muss sagen, ich fand den Start überragend. Also ich finde, viel besser kannst du deinen Opener nicht bringen halt so als dieses Match. Ich habe mich komplett abgeholt. Ich habe erwartet, dass es gut wird, dass es so gut wird, auch mit dem Storytelling dabei und so. Dafür kann man die WWE nur loben. Das haben sie echt gut gebuckt, das Match. Die Phase, die danach kam, bis auf die beiden, also bis auf den Co-Main Event und den Main Event, waren wirklich, das kannst du halt 1 zu 1 bei Raw bringen. Aber ich meine, du musst halt auch irgendwie eine Mid-Card haben während eines Pay-Per-Views. Aber dieser Abfall war schon quasi sehr erschreckend, sage ich jetzt mal so. Und auch nicht so relevant, außer, ich meine, ich ging zwar bei jedem Match um den Titel, aber von den Ansetzungen her war man halt nicht so inbegriffen. Das lag aber auch teilweise einfach an den Ansätzen der Gegnerinnen oder Gegner, die man quasi gewählt hat. Und dann hatten wir den Co-Main Event und den Main Event, was natürlich schon Pay-Per-View-reif ist. Co-Main Event haben wir angesprochen. Ich fand es teilweise grauenvoll. Aber viele werden sich bestimmt auch gefreut haben, wieder so mal kurz die alten Gesichter zu sehen und so. Hey, guck mal, Christian ist wieder da, so nach dem Motto. Vielleicht hat sich sogar irgendjemand über Big Show gefreut, wer weiß das schon. Kann man so gerne machen, halt so. Also war ich nicht so begeistert von, aber vom Main Event war ich wieder richtig begeistert. Also das hat mich wieder richtig komplett abgeholt. Und da würde ich echt, würde ich sagen, das hätte man quasi eigentlich nicht viel besser machen können. Und dann möchte ich heute Abend nochmal am positivsten von euch aus allen drei sein, wenn ihr eine Sechste gegeben habt. Das wollte ich auch erst geben, aber ich habe gedacht, mit dem ich bin der Höchste. Aber um euch zu überbieten, sage ich einfach Sechseinhalb. Jonathan sagt positive Björn. Ach, Sie haben schon sieben? Okay, dann siebenhalb. Die Sieben habe ich Jonathan jetzt einfach mal ganz fies in den Mund gelegt. Ob das wirklich so ist, das weiß ich nicht. Wir werden jetzt gleich hier nach dem Livestream noch ein bisschen am Start sein und werden mit euch noch ein bisschen talken und ein paar Fragen beantworten. Also bleibt gerne noch ein bisschen im Chat aktiv. Wenn ihr diesen ganzen Livestream sehen wollt, schaut auf Patreon vorbei, patreon.com slash spotfightpodcast. Und ansonsten gibt es dann die Raw-Review morgen. Die folgt dann. Ein Nachschlag, an dem ich über meinen Urlaub rede. Folgt ebenso. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir... Urlaub. Ob wir diese... genau. Urlaub. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir diese relativ positive Grundstimmung eines Pay-Per-Views, der glaube ich besser war, als wir es erwartet haben, ob wir diese positive Grundstimmung beibehalten oder ob Raw und Retribution uns auf den Boden der Realität zurückholen werden. In diesem Sinne. Vielen lieben Dank. Ich würde sagen, die Schlussworte gehen an Chris und dann an Björn. Und danke an alle, die dabei waren bei dieser Live-Review. Ich bedanke mich. Sage genießt Wrestling. Wen es betrifft, bis zur Raw-Review. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke fürs Zuhören, Leute. Danke an den Live-Chat. Danke an jenen, der es auch im Nachhinein hört auf Spotify, auf iTunes etc. Und damit kann ich mich auch nur verabschieden. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Tja, der Häuptling von Spotfight, der kommt natürlich am Schluss, so wie es sein muss. Ich habe jetzt leider keine Galante, die ich nur umhängen kann. Aber ansonsten haben wir ja trotzdem die Rollen hier, glaube ich, ziemlich eindeutig verteilt. Von daher bin ich auch der Letzte, der was zu sagen hat. Und kann nur sagen, wir hören uns pätestens bei Raw wieder, ne? Reingehauen. Bis zum nächsten Mal.